Eine Werft in Tasmanien, südlich von Australien, macht gerade Schlagzeilen. Sie hat die wohl größte elektrische Passagierfähre der Welt gebaut. Und kürzlich haben wir ja hier schon im Kanal berichtet über eine rein elektrisch betriebene Fähre, die zwischen Norddeich und Norderney verkehrt. Das Schiff, um das es hier in dem Video geht, ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Die China Zorilla wurde gerade zu Wasser gelassen und der Name ist übrigens keine Anspielung auf China, sondern auf einen Uruguay sehr beliebte und im Jahr 2014 verstorbene Schauspielerin. Auf jeden Fall handelt es sich um einen Meilenstein für die maritime E-Mobilität. Und was es damit auf sich hat, das gibt es nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Dieses Video wird unterstützt von Incogni. Kennt ihr das, dass wie von Geisterhand Themen, die ihr kürzlich erst mit jemandem besprochen habt, euch plötzlich als Werbeanzeige im Netz begegnen? Das ist einfach nur das Verbinden von Datenspuren, die wir teils freiwillig, teils unfreiwillig jeden Tag im Netz hinterlassen. Neben Namen, Adressen, Telefonnummern, Interessen und Geschlecht sind dies auch weitere sehr private Daten wie eure Verwandtschaft, Gesundheitsinformationen, religiöse Überzeugung oder die sexuelle Orientierung. Diese Daten können auch von Scammern und anderen Cyberkriminellen erworben und genutzt werden. Hier kommt Incogni ins Spiel, ein Dienst, der euch helfen kann, eure Daten zu schützen. Ich habe bereits vor einigen Monaten einen Account erstellt und ich habe danach recht schnell festgestellt, dass die Zahl der Spam-Mails und Anrufe deutlich zurückgegangen ist. Vor kurzem habe ich jetzt wieder einen Zwischenbericht von Incogni erhalten. Daraus geht hervor, dass Incogni 49 Datenhändler kontaktiert und meine Daten bereits in 46 Fällen löschen lassen konnte. In drei Fällen bleibt man dran und 19 Datenhändler haben sogar eingewilligt, nie wieder Daten von mir zu speichern. Incogni bittet wiederholt um Datenentfernung, sodass die Daten nicht erneut zum Kauf angeboten werden. Auf diese Weise wird dem Nutzer viel Zeit und Energie erspart. Also lasst euch nicht länger von Datenhändlern und deren Kunden ärgern, Incogni ist ganz schnell eingerichtet und kümmert sich nachhaltig um euren Datenschutz. Und wer den Code HEISECT verwendet, der bekommt aktuell 60% Rabatt beim Jahresabo. Ja, wenn man sich dieses Schiff anguckt, stellt man fest, es hat beeindruckende Dimensionen. Es ist 130 Meter lang, es hat eine Breite von 32 Metern und wurde in Katamaranbauweise erstellt. Es besteht komplett aus Aluminium, was den Vorteil hat, dass es deutlich leichter ist als vergleichbare Schiffe dieser Größe. Die Batteriekapazität beträgt 40 Megawattstunden, was schon sehr imposant ist. Allerdings hat das Ganze natürlich auch sein Gewicht. Das Gewicht der Batterien beträgt 250 Tonnen. Ja, und vorangetrieben wird das Ganze dann mit acht elektrischen Wasserdüsenantrieben mit einer Geschwindigkeit von bis zu 25 Knoten. Das entspricht etwa 56 Stundenkilometern. Mit voller Ladung kann das Schiff 90 Minuten elektrischen Betrieb möglich machen und aufladen dauert ca. 40 Minuten. Um das Schiff aufzuladen, gibt es Anschlüsse an den Seiten des Neubaus und in den jeweiligen Häfen gibt es dann eine Dockingstation, in die dieses Schiff dann halt reinfahren kann und wird dann aufgeladen, während es dort seinen Aufenthalt hat. Gucken wir mal auf die Transportkapazität. Das Schiff kann aufnehmen insgesamt 2100 Passagiere und 225 Fahrzeuge. Sehr imposant. Und dann gibt es auch noch eine 2300 Quadratmeter große Einzelhandelsfläche zum zollfreien Einkauf. Auch das soll nach Angaben der Werft die größte auf einer Fähre weltweit sein. Sprechen wir über Besonderheiten dieses Schiffes. Eigentlich war es gar nicht gedacht als vollelektrische Fähre, sondern es wurde ursprünglich für Flüssiggas geplant. Dann erfolgte irgendwann die Umstellung während der Planung auf den vollelektrischen Antrieb. Ja und im zukünftigen Einsatz soll es im Fährdienst zwischen Buenos Aires und Uruguay verkehren. Es geht um eine 56 Kilometer lange Strecke. Es ist tatsächlich einer der bedeutendsten Einzelexporte Australiens, dieses Schiff. Ja und die nächsten Schritte. Jetzt steht erstmal der Innenausbau bevor, nachdem das Schiff vom Stapel gelaufen ist. Dann wird das Energiesystem installiert. Sicherlich auch nochmal ein kritischer Meilenstein. Und dann muss das Schiff sich auf See erproben. Und zwar auf dem Derwent River soll es dann erprobt werden, um dann schließlich im Laufe des Jahres dann seinen eigentlichen Bestimmungszweck zu erreichen. Das Schiff soll übrigens zwei Dieselfähren ersetzen und damit ein sehr großer Beitrag sein dazu, dass klimaneutral bzw. emissionsarm eben dieser Fährverkehr dann gewährleistet wird. Mehr spannende Neuigkeiten über solche Mobilitätsthemen gibt es auf heise.de. Also gerne mal vorbeischauen. Ein Like, wenn dieses Video von Interesse ist. Und ansonsten mit einem Abo verpasst man nichts hier im heise.ct-Kanal.